Die Sahnehäubchen werden serviert. Zunächst im Standardbereich. Die Engländer Paul Holmes, Kate Fischer. Und achten Sie mal gleich zu Beginn auf etwas ganz Typisches. Die Paare strahlen mehr Selbstbewusstsein, mehr Sicherheit aus, dokumentiert besonders durch die beiden Engländer. Im Verbund sehr zurückhaltend, fast ängstlich, hier ausgesprochen extrovertiert, viel Ausstrahlung, der Funke springt über. Noch ein paar kurze Bemerkungen zum Modus. Aus dem Standardrepertoire langsamer Walzer Tango, Wiener Walzer Slow Fox Quick Step müssen in einer Zeit zwischen 2.30 und 3.30 mindestens drei Tänze in beliebiger Folge und selbstgewählter Musik vorgetragen werden. I want a diamond ring, bracelets, everything. Daddy, you're to get the best for me. Daddy G. Won't I look swell in sables, clothes with Paris labels. Daddy, you're to get the best for me. For occasional recreation, how about sail for vacation? I promise I won't race in. All you need for relaxation Daddy I want some charge accounts At Saks for large amounts Daddy You ought to get the best with me You ought to get the best with me You ought to get the best with me Thank you 6,0, der Höchstnote Die beste und schlechteste Wertung wird gestrichen Und da geht's schon bis 6,0 Eine sehr hohe Wertung Und da geht's schon bis 6,0, der Höchstnote Und da geht's schon bis 6,0, der Höchstnote Und da geht's schon bis 6,0, der Höchstnote Und da geht's schon bis 7,0, der Höchstnote